Hallo und herzlich willkommen auf unserer Uhrenbörse 2015 hier in Eisenbach. Wir haben wieder wunderschöne Stücke die Händler mitgebracht, um sie wieder von Schwarzwald begeistern zu können über die tollen Sachen, was unsere Ururgroßväter produziert haben. Viel Spaß auf der Messe. Das ist ein schönes Stück. Das ist ein schönes Stück. Das ist ein schönes Stück. Oh, mein Gott, ich bin so gut, ich bin so gut. Oh, mein Gott, ich bin so gut. Musik 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 Spannend, das bleibt aber immer stehen Und diese Schnecke, die ist extra schneckig angeordnet, damit die Zugfeder ausgeglichen wird Die hat am Anfang viel Spannung und am Ende lässt die Spannung nach Und das hat man nur versucht eben mit der Schnecke auszugleichen Musik 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 Musik